Hallo und herzlich willkommen bei den Diffuse News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich will euch hier ja den ganzen Juli über Bücher vorstellen, die in erster Linie Spaß machen. Das führt mich diesmal zu Ameisig von Charlie Kaufman, das in diesem Jahr bei Hansa auf Deutsch rauskam. Ich habe das Buch im letzten Jahr bereits auf Englisch gelesen und ich muss zugeben, ich habe es geliebt und gehasst und wieder geliebt. Ich habe mich manchmal seitenweise vorangequält und in anderen Momenten wie irre keckernd auf dem Sofa gelegen. Aber der Reihe nach. Charlie Kaufman kennt ihr vielleicht eher aus dem Kino. Er ist Regisseur und vor allem ein geliebter und gefürchteter Drehbuchautor. Um nur ein Beispiel zu nennen, sein vielleicht bekanntester Film Being John Malkovich handelt von einem Puppenspieler, der im siebeneinhalbten Stock eines Gebäudes arbeitet und dort hinter einem Aktenschrank eine kleine Tür findet, die ihn direkt in den Kopf des Schauspielers John Malkovich führt. Dort wird man dann nach 15 Minuten wieder rausgeschmissen und landet an einer Autobahn in New York. Ein herrlich ihrer Film, den man gesehen haben muss. Besonders die Szene, in der John Malkovich selbst in seinen eigenen Kopf steigt. Aber auch die anderen Filme von Kaufman, wie Adoption, Confessions of a Dangerous Mind und natürlich Vergiss mein nicht, sind absolut irre, poetisch und sehenswert. Dieser Charlie Kaufman hat mit Ameisig, das im Englischen übrigens Unkind heißt, nun also sein Romandebüt vorgelegt. Und was für eines. Das Ding ist schon haptisch ein Brocken. 864 Seiten stark ist es und man könnte da mit jedem Einbrecher die Birne einschlagen. Wunderschön ist es außerdem. Die Seiten sind am Rand rot oder blau eingefärbt, Schrift und Cover sind toll, da passt einfach alles. Die Story von Ameisig klingt wiederum so, als hätte Kaufman vor allem deshalb einen Roman geschrieben, weil er wusste, dass er diesen Wahnsinn niemals hätte verfilmen können. Im Groben geht es in Ameisig um den verkannten, aber natürlich genialen Filmkritiker B. Rosenberger Rosenberg, der das Buch aus der Ich-Perspektive erzählt. Das mit dem Genial ist Bies Selbsteinschätzung. Er lebt in komplizierten Bestenlisten, ist ein mansplainender Laberkopf, hält sich für über die Maßen belesen, und schweift deshalb in seiner Geschichte immer wieder ab. Dabei zitiert B. dann Arbeiten von sich oder aber große Werke der Literatur- und Filmgeschichte, die er aber oft nicht so ganz richtig in Erinnerung hat. Was er natürlich überspielt. Dieser B. findet nun durch Zufall auf einer Dienstreise den größten Film aller Zeiten. Ein Film, der komplett mit Puppen und Miniaturen erzählt wird und drei Monate dauert, wenn man ihn schaut. Der Regisseur ist ein fast 120 Jahre alter schwarzer Mann namens Ingo Cutbirth. B. darf den gerade vollendeten Film als erster und einziger sehen. Dann stirbt Cutbirth plötzlich und B. weiß, er kann jetzt Filmgeschichte schreiben. Leider gehen dann die Probleme los. Der Film verbrennt beim Transport. Zurück bleibt nur ein einziges Standbild. B. bestätigt es aber nur in seinem Glauben, dass er die Kinogeschichte revolutionieren wird. Da er anfangs mit seinem fotografischen Gedächtnis prallte, versucht er sich, an den Film zu erinnern. Bild für Bild, was auch nicht so recht klappt. Und dann wird es Seite für Seite langsam, aber sicher immer irrer. B. schreibt einerseits die Geschichte des Films, wie er sie in Erinnerung hat, weiter, hat dabei immer ominose Unfälle, wenn er spazieren geht, seine Freundin trennt sich von ihm, er geht zu seltsamen Hypnotiseuren, stalkt immer wieder junge Frauen, trifft irgendwann andere Versionen seiner selbst, die sich als B. ausgeben. Später tritt dann auch noch ein dummer, diabolischer Präsident namens Trunk auf den Plan, der irgendwann einen Roboter-Doppelgänger bauen lässt, der dann später irgendwann die Welt erobert. Ihr merkt schon. Der Plot ist eigentlich eher ein amüsantes Freidrehen und es ist durchaus erwünscht, dass man irgendwann den Überblick verliert. Was aber gar nicht schlimm ist, denn in diesem Buch ist auf jeder Seite mindestens eine so gute Pointe, dass man trotzdem dranbleibt. Ich werde euch jetzt einen kleinen Part aus dem ersten Kapitel vorlesen, der euch mit B. Rosenberger Rosenberg bekannt macht, oder besser mit seinem Bart. Kapitel 1 Mein Bart ist ein Wunder. Er ist der Bart Whitmans, Rasputins, Darwins. Und doch ist er ganz und gar mein Bart. Er ist marmoriertes, stahlwollendes Zuckerwatte-Konfekt, viel zu lang, zu dünn und zu widerborstig, um modisch zu sein. Und gerade, dass er so unmodisch ist, ist seine Hauptaussage. Er sagt, Da ich diesen Bart seit nunmehr drei Jahrzehnten trage, rede ich mir ein, er habe zur Renaissance des Bartes an sich beigetragen. Doch in Wahrheit sind die Bärte von heute etwas völlig anderes und größtenteils pflegebedürftiger als ein glatt rasiertes Gesicht. Und handelt es sich um Vollbärte, dann bedecken sie Gesichter, die auf konventionelle Weise gut aussehend sind. Die Gesichter von Möchtegern-Holzfällern, von Männern, die ihr eigenes Bier brauen. Die Frauen mögen diesen Look, diese geleckten Großstadttypen, Männer in maskulinem Drag. Aber so ist mein Bart nicht. Mein Bart ist auf widerborstige Weise heterosexuell, ungefliegt, rabbinisch, intellektuell, revolutionär. Er lässt meine Umgebung wissen, dass ich mich nicht für Mode interessiere, dass ich exzentrisch bin, dass ich ernsthaft bin. Er gibt mir die Möglichkeit, mein Gegenüber danach zu beurteilen, wie es mich beurteilt. Meidest du mich, bist du oberflächlich. Verspottest du mich, bist du ein Spießer. Wiedere ich dich an, bist du konventionell. Dass er einen Portweinfleck kaschiert, der sich von meiner Oberlippe bis zu meinem Brustbein erstreckt, ist drittrangig, allenfalls zweitrangig. Dieser Bart ist meine Visitenkarte. Er ist das, was mich in einem Meer aus Gleichförmigkeit unvergesslich macht. Es ist dieses Merkmal, das mich in Verbindung mit meiner eulenhaften Drahtgestellbrille, meiner Habichtnase, meinen tiefliegenden Schwarzdrosselaugen und meiner Geierglatze leicht karikierbar macht, als Vogel wie als Mensch. Mehrere gerahmte Beispiele aus verschiedenen kleinen, aber renommierten filmkritischen Zeitschriften – fotografiert zu werden, lehne ich aus philosophischen, ethischen, persönlichen und terminlichen Gründen ab – schmücken die Wände meines Arbeitszimmers. Mein Lieblingsstück ist ein Exemplar dessen, was man gemeinhin als Vexierbild kennt. Stellt man es auf den Kopf, erscheine ich als ein weißer Don King. Mich als eingefleischter Anhänger des Boxsports amüsiert dieser Bildwitz und tatsächlich habe ich die umgedrehte Version der Illustration als Autorenfoto für mein Buch »Die verlorene Religion der Maskulinität« Joyce Carol Oates, George Plimpton, Norman Mailer, A.J. Liebing und die teils hart umkämpfte Geschichte des Boxsports, der süßen Wissenschaft und warum« verwendet. Das Unheimliche ist, dass die Don King-Illusion auch im wahren Leben funktioniert. Wenn ich im Yoga-Kurs die Sirasana mache, scharen sich die Hühner oft um mich und gackern. Ich sehe aus wie dieser fürchterliche Boxmensch. Ich denke, auf diese Art flirten sie mit mir, diese mittelalten, frivolen Kreaturen, die mit ihrer zusammengerollten Yogamatten unter dem Arm oder im Schulterholster einherstarksten und einer desinteressierten Welt ihre spirituelle Disziplin unter die Nase reiben. Vom Yoga zum Mittagessen, zum lieblosen Ehebett. Für mich ist es nur Training. Ihr merkt es schon. B. Rosenberger Rosenberg ist ein ziemliches Arschloch, ein pseudo-intellektueller Wicht, ein Aufschneider, ein Mann, wie ihn jeder kennt, der an einer Universität was mit Medien oder Kultur studiert hat. Trotzdem hat es mir einen Heidenspaß gemacht, mich durch dieses Buch zu kämpfen. Kaufmann ist einfach ein brillanter Schnacker, der sich selbst nicht so ernst nimmt, wie es viele seine Kritiker tun. Was man zum Beispiel daran merkt, dass B. Rosenberger Rosenberg im Buch immer wieder gegen den fürchterlich überbewerteten Regisseur Charlie Kaufmann wettert. Kaufmann nimmt in Ameisig einerseits die Kultur- und Filmbranche ins Visier, zeigt mit seinem Hauptcharakter aber auch einen Menschen, der sich für super-woke hält und das gerne betont, aber im Kern eben doch ein selbstverliebter, sexistischer Wicht ist. Es gab viele Kritiker, die meinten, Ameisig sei deshalb in diesen Parts eine Kritik an der Identitätspolitik und an der Political Correctness. Aber ich denke, wer das so versteht, hat den Witz nicht ganz kapiert. B. Rosenberger Rosenberg ist vielmehr einer jeder Männer, die so tun, als wären sie in Sachen Feminismus und Fortschritt ganz vorne mit dabei, weil sie die entsprechende Fachliteratur gebüffelt haben. Ihr Verhalten zeigt aber, dass sie dabei gar nicht verstehen, worum es im Kern bei diesen Themen wirklich geht. Geschweige denn, dass sie ihre eigenen Privilegien sehen oder gar abgeben. Aber auch das ist nur ein Teil des Buches. Lasst euch einfach darauf ein, diesem witzigen Autoren auf den Leim zu gehen. Und wundert euch wie ich drüber, wo einen das Buch überall hinführt. Dabei muss man es nun wirklich nicht am Stück lesen. Im Gegenteil. Ich habe Ameisig mal zwei Monate an die Seite gelegt auf halber Strecke. Und seit ich es durch habe, nehme ich es immer wieder mal zur Hand, um mich auf zwei oder drei Seiten mit ihnen zu vergnügen. Das war es schon wieder für heute mit dem Buch zur Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf Ameisig von Charlie Kaufmann. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.